Tag, ich verpasse noch meinen Zug. Wie spät ist es? Ganz ruhig. Du hast noch eine Menge Zeit. Okay, die Uhr da hat nur einen Zeiger. Oh ja. Also gut. Was sagt die Uhr in der Kaffeemaschine? Weißt du, die Uhr in der Kaffeemaschine ist nicht auf unsere Zeit eingestellt. Außerdem geht sie fünf Minuten vor. Das bedeutet... Ich kann es nicht ausrichten. Immer schön, die in der Mikrowelle sagt, dass es zehn nach sieben ist. Neun nach sieben, acht nach sieben. Oh, das ist mein Omelette. Ich darf nicht zu spät zur Arbeit kommen. Was sagt deine Uhr? Das ist keine Uhr. Das Ding zählt meine Schritte. Oh nein, ich bin schon bei 32. Ich muss langsamer machen. Danke sehr.